Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von den Sims 4. So, ey, ist es... Ist es ja noch pausiert? So, ähm, ich muss dann einmal kurz gucken. Er macht ein Nickerchen. Sie macht Hausaufgaben. Er macht auch Hausaufgaben. Achso, er musste eigentlich danach aus Klo. Ähm, ja gut, das kannst du ja danach ja auch. Äh, was hab ich denn gesagt? Und weiter Handy-App programmieren. Ja, das ist gut. So. Wie gesagt, die Kinder sind ja noch dabei. Um ihre Hausaufgaben zu machen. Was ja auch recht gut so ist. So soll das ja auch sein. Ja, wie war denn das nochmal? Eins plus eins ergibt eins. Äh, nein, das kann die nicht mehr sein. Ja, super. Der Junge kann natürlich jetzt keine Musik anmachen, ne? Wegen seinen Spaßfaktor und so. Ist natürlich echt ärgerlich. Aber es ist ja dann auch schon bald Wochenende. Ja, super, das muss die Kleine natürlich auch, ne? Was will die höhere Level der Metallfähigkeit erreichen? Etwas lesen. Ja gut, du kannst doch hier das hier lesen da noch. Das ist doch gut. So, Hausaufgaben fertig. Das finde ich schön. Wie gesagt, sie kann jetzt was lesen. Trank bauen. Ach ja, hier. Wir müssen ja eigentlich ja... So, mal gucken, wann sie damit kann das mal hat. So, er hat jetzt auch ein Sobgramm auch fertig. So, dann kann er jetzt nämlich aufs Klo. Geh aufs Klo. Äh, was möchtest du denn alles noch? Ach ja, stimmt. Hm, Tippspiel willst du hier machen. Ne, mal gucken, wann du das machen kannst. So, ich denke mal eher, dass du gleich eher dann aufs Klo könntest. Wenn dein Bruder da mal fertig ist. So, wie ein Schämpchen pieseln am besten mal. Super, danach eigentlich eher Hunger. Öffnen. Ein Stück nehmen danach. Achso, er möchte Pirat spielen. Hä? Der hat sich doch eben schon drauf gesetzt, oder nicht? Naja, okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. So, ähm, danach machst du das mal. Während dein Vater danach... Äh, das ist ganz schnell repariert. Achso, die ist schon längst fertig. Kann ich mitbekommen. Bin ja mal gespannt, ob sie das hinbekommt, irgendwie. Oh, jetzt hat er auch Hunger. Ähm, öffnen. Ein Stück nehmen. Was tut er eigentlich? Oh, sie ist ja auch schon bald fertig, du, oder? Ja, cool. Äh, klein Lea hat ein entzückendes Gemisch zusammengestellt, das die Emotionen in Wandung versetzt. Es befindet sich jetzt im Inventar von Lea. Okay, ähm, du gehst aber dann trotzdem erstmal den Duschen. Und danach trinkst du es einfach mal und dann mal schauen, was passiert. So, drei Tuning-Teile, dann Teile plündern und danach darfst du hier mal deine Handy-App weiterprogrammieren. So, nochmal drei Tuning-Teile gefunden. Ich weiß, wann hier nochmal, ob wir danach noch was essen müssen, nachdem sie eigentlich das da getrunken hat. Was werden wir denn gewahr? Also, er wird dann sowieso schon eichmüde, der Kleine. Gut, dann kann er halt eben duschen gehen. Äh, jetzt schon wieder. Hm. So, wo gehst du jetzt hin, hä? Achso, du siehst dich da sogar hin. Hoffentlich super. Bin ja mal gleich gespannt, was passiert, wenn sie es trinkt. Unwohl. Ekeliger Klipper. Ich gett, dieses Gemisch war einfach nur ekelig. Hm. Okay. Voll kann ich ja nix. Ja, ich wollte jetzt immer den Müll, weil, ähm, wenn das unser Haushälber macht, dann verfügen wir irgendwie, ich hab kein Geld. Oh, plus 30. Respekt. So. Achso, sie wird dann auch müde. Gut, dann kann sie auch danach schlafen gehen. Ähm, nein. Du sollst schon dein Pizza essen. Ja, gut, dann warte ich halt hier. Meine Freundin. So, jetzt noch mal ein bisschen, dann halt eben schneller. Ich hab nie Geduld. Hatte ich noch nie. Ja doch, eigentlich schon. So, ist sie ja hoffentlich mal gleich fertig. Ja, aber sie war ja heute schon weh, also wirklich schon ein bisschen länger wach. Diesmal können sie auch ausschlafen. Achso, okay, jetzt ist doch seine Anzahl ein bisschen gewachsen. So, deine Kinder sind im Bett. Ich mach jetzt mal wieder ein bisschen schneller, damit er damit mal fertig wird. Mal gucken, wie lange er eigentlich dafür braucht. Eigentlich ist er halt jetzt auch müde jetzt. Ist es halt eben mal so. Man hört, glaube ich, die Kuh draußen, ne? Ich gruselig, aber die Kuh. Schade nur, dass kein anderer Zimmer irgendwie denn da reingeht. Man müsste eigentlich einen einladen und mal gucken, was passiert. So, jetzt kriegt doch das Ding endlich mal fertig. Steht da vor unserer Tür und auf einmal sappelt sie einfach hier irgendwie jemanden an. So, du gehst dann trotzdem duschen, auch wenn du halt eben müde wärst, aber ist mir egal gerade. Ja, wir haben unser Handy-App fertig. Ähm, wie nenne ich dich mal? Hm. Oh je, wie nenne ich die denn mal? Ähm, Crenge-App. Den kann man halt eben gucken, wie man so isst. So, wie gesagt, dann kann er duschen gehen, danach kann er nochmal aus... Warum redest du denn so? Achso. Äh, da rum. Ich wollte es nicht sagen, hä? Geht denn das auf einmal so schnell? Ja, nun, hol doch nicht so viel rum. Mach dich einfach sauber und dann ist doch gut. Ja, du hast doch jetzt auch wohl am Ende so. Muss ja dann auch nicht mehr arbeiten lassen. Ich weiß gar nicht, brei... äh, doch, das hatte auch irgendwie glaube ich was gebracht, ne? Ähm, nein. Du benutzt noch... hä? Achso, okay. Ich verstehe es. Er hat natürlich schon wieder in der Dusche. Ja, dann kannst du halt ihm jetzt ins Bett gehen, meine Güte. Jetzt kann ich dafür, wenn du da... Ja, das möchte ich gar nicht sagen. So, das ist doch schön. Dann hat ja jeder jetzt sein Wochenende, weil er jetzt ja noch so seine Handy-App sogar noch wegbekommen hat. Ach, ich finde das so schön. Kann er sich ja mal ein bisschen Zeit fürs Wochenende für seine Kinder sich nehmen. Äh... Oh, du bist aber schon früh, war... Ja gut, du hast Hunger, dann darfst du dir, äh, was nehmen. So... So... Danach darf er auch nochmal duschen. Danach macht er am besten auch nochmal seine Zusatzhausaufgaben. Zusatzhausaufgaben beenden. So müsste ich hier... Ach, ne, doch nicht. Aber sie hat jetzt, wie jetzt, hast du ja das eine schon mal auch erreicht, ne? Eine Eins in der Schule bekommen. Ja! Sehr schön. So... Wenn du danach fähig gefuttert hast, kannst du danach duschen gehen. Und danach kannst du auch nochmal als eine Zusatzhausaufgaben machen. Sie ist ja auch schon bald wach. Ja, noch nicht, ne? Dauert noch ein bisschen. Oh Gott, jetzt guckt er schon morgens, ey, Kinder-Serien. Naja, okay, wie gibt's Kinder das nicht gemacht? Ich hab's ja auch gemacht. Oh Mann, da ist das dreckig hier. Wie Mama noch gelebt hat, war es hier noch nie so dreckig. Oh. Ähm, super. Äh. Das ist natürlich jetzt ganz klasse. Ja gut, dann musst du schnelle Mahlzeit. Dann nimmst du dir einfach mal die Chips vorhanden. So, nach der Dusche könntest du eigentlich nochmal trotzdem ein Zähnchen putzen. So, ich reg mich zwar auf, dass es hier so dreckig ist, aber ich mach meinen Teil auch nochmal dazu. Achso, sie setzt sich jetzt wahrscheinlich auch dahin. Vielleicht guckt sie bestimmt auch nochmal Fernsehen. mit jemandem plaudern. Äh, was kann er denn? Ah ja, genau. Zusatz-Hausaufgaben machen. So, weil dir geht es ja eigentlich schon recht gut. Dann kannst du einfach auch gleich deine Zusatz-Hausaufgaben sogar machen. Oh je, und der muss denn noch den Pizza-Service eigentlich anrufen, ne? So, und das machen. Das geht ja gar nicht. Na, mal gucken, ob er denn gleich verhungert. Er man verhungert, so ungefähr. Also, was ich nie nochmal hoffe, also. Etwas lesen. Schon wieder etwas lesen. Oh nein, äh. Sie muss ja erstmal. Wie eigentlich, wenn wir diese Zähne putzen. Ach was. Äh, warum hat er denn die kaputt gemacht? So, danach Zusatz-Hausaufgaben machen. Ja, wie gesagt, der kann jetzt wirklich auch mal auspennen und so. Und so. Und so. So, danach könnte er eigentlich, ähm, mit Melk im Landkram chatten. Aha. In Chatroom für Kinder chatten. Hm? Lustig. Tasten kommen, Tasten kommandant spielen. Muss ich doch, ne? Gut, äh, so. Klicke auf den Commuter und wähle Tasten kommen und dann spielen. Bis du die höchste Punktzahl erreicht hast. Achso, er war das. Wollte schon sagen, hä? So, ähm, sie möchte danach etwas lesen. Das könnte sie auch erstmal. So, deine Kinder sind total fleißig. Und du? Na, du pennst hier noch. Ich werde den einfach gleich trotzdem nochmal den Pizza-Service anrufen. Notfalls können wir uns immer dann noch was nehmen, wenn die Pizza nicht rechtzeitig kommen sollte. Aber vielleicht bevor der Kleine da an die Dings hin geht, sollte er, glaube ich, erstmal das machen und danach darf er das spielen. Ja, das war sogar sehr schlau. So, es ist schon gleich acht und du fließt immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Äh, und zwar Service engagieren. Und zwar den Pizza-Service. Diesmal gibt's eine Pizza-Salon. Wollt doch eben den Pizza-Service an. Äh, Zusatzprüfung abgeschlossen. Luke Gamer hat seinen zusätzlichen Aufgaben für heute beendet. Deine Pizza ist unterwegs. Sie wird bald bei dir. Ach, jetzt hat er auf einmal... Eben, die ganze Zeit hat er mich überhaupt nie auf Pause gemacht. Das olle Ding. Ja, schön, dann ist er gleich auf dem Klo und spielt dann schon mal. Du hast echten Ferkeln. Boah, eigentlich hättest du ihr ja helfen können, ne? Bei Hausaufgaben helfen. Oh, sehr schön. Und es geht sogar noch. Ach, wenn ich muss ja... Äh... Pizza annehmen. Immerhin wollte er die noch helfen. Ja, jetzt... Brauchst du dich nicht aufhören. Hier, deine Pizza. Ah, danke. Endlich. Ich hab so einen großen Hunger. Oh, Zusatzhausaufgaben abgeschlossen. Das macht dann 25 Cent Dollar. Ein Stück nehmen. Hast du Hunger? So, damit ist sie auch schon bald durch. Dann kann sie... Emotions-Trank nachher trinken. Äh, braun. So, äh... Nee, da. Nochmal lesen. Ach, sie hat das jetzt wirklich durchgelesen. Das finde ich ja schön. Weißt du, die Dinosaurier sind voll toll. Ich möchte das so gerne lesen. Oder gucken. Oder je nachdem. Ach, Tasten-Kombinationen zu spät ist doch so doof. Ich weiß gar nicht, wann... Also, wie können wir da jetzt eigentlich gewinnen oder so? Also, mit der Höchstpunktszeit im Tippspiel erreichen? Ich hab das noch nie gesehen. Also, ich verstehe das Prinzip glaube ich nicht so ganz. Oh, wie schön. Ist ja schon bald fertig damit. So. Äh, gemischt zusammengestellt. Das ist Emotionen und Beeilung versetzt. Es befindet sich jetzt in meinem Fatal von Lea. Dann bitteschön trinken. Oh, wie schön. Äh, Need for Speed 151. Online-Pogomon hat auch nicht mehr Rentsch. Oh, was? Äh, das finde ich ja... Schlank und krank ist auch nicht mehr so, ne? Äh, nein, nicht experimentieren. Sondern Trankbrauen nutzen. Äh, ich wollte das sagen. Kleine Wirkung. Scheinbar hat dieser Zaubertrank nicht viel bewirkt. Wie langweilig. Achso, er ist da drin. Ähm, ja, aber du könntest das eigentlich erstmal separieren, Meister. So. Achso, das hat er jetzt schon. Ach, das ist ja toll. Wo bekommt man denn noch alles hier Motorik? Über einen Commuter tippen oder Spiele auf dem Playgoat. Achso, okay. Ähm. Achso, sie hat jetzt... Ach Gott. Hallo, was ist denn jetzt auf einmal hier los? So, äh, du trinkst das nochmal eben. Und danach kannst du... Hä? Ähm. Ich hab doch die Pizza da reingetan, oder ne? Achso, da... Okay, mhm. Ja. So, wie wär's das eigentlich, wenn du Pirat spielst? Achso, du musst eigentlich mal... Und du das da verwendest. Achso, er kann es noch nicht spielen. Okay. Ähm, und die kleine... Ähm, Mentalfähigkeit. Wo hatte sie das noch? Ach ja, stimmt. Äh, Schach kann sie ja da noch spielen. Ähm. Spielen. So. Und der Vater kann jetzt alles Seeungeheuer spielen. Weil dann kann er wenigstens mal sich so ein bisschen um die Kinder sich heute mal kümmern. Über das ganze Wochenende. Am Wochenende kommt keiner mehr, der das Haus zauber macht. Finde ich irgendwie echt doof. Da ganz nach oben ist er. Hä, 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 hä. Oh. Unsere Kuh ist eingegangen. Naja, hat sie auch nichts anderes verdient. Blöde Kuh hat ja auch die Frau ge... No. Achso, er nimmt sich jetzt einfach ein Stück Pizza und du könntest ja dann eigentlich... ähm, mitspielen. Sieht ja echt interessant aus, ne? Also wie die Kuh jetzt hier im Skelett-Stil ist. Ich finde das toll, dass er jetzt einfach aufgehört hat und sich ein Stück Pizza einfach genommen hat. Nichterchen machen. Freundlich zu Luke sein, Buch analysieren. Freundlich zu Lea sein. Ähm, dann sei doch mal freundlich zu ihr. Und zwar, äh, freundlich... Bewunderung ausdrücken. Programmieren üben brauchst du doch gar nicht mehr. Fernsehen. Oh. Kannst du ja auch machen. Ähm, was machst du gleich? Du könntest... Nein, das ist okay. Warum... Warum benutzt sie auch nie nochmal das hier? Die Falltasten. Ähm. Piratspielen. Achso, er kann nicht währenddessen mit ihr reden. Okay. Metspieler. Der ist die Pirat. Sühen zwar noch nicht, aber okay. Ach, hier ist es wieder. Etwas lesen, hm. Freundlich zu Lea sein. Spiel ich jetzt? Oh, da redet ihr jetzt nur die ganze Zeit. Hm. Achso, doch. Ja, den setze ich hier hin. Nein, das geht gar nicht. Du kannst nie immer gewinnen gegen mich. Du musst auch mal lernen zu verlieren. Merkt ihr das? Nicht jeder kann immer gewinnen, gewinnen. Ja, aber ich schwul. Weil ich einfach die Beste bin. Weil wir jetzt keine Lust haben, geht jetzt einfach aufholen. Was wir doch für ein Kind haben. So, ich setze ihn rein. Das war jetzt aber ganz schön doof eigentlich von dir. Ich finde es super, dass der Kleine jetzt einfach aufholen. Wie viel braucht sie denn eigentlich noch um dich? Oh, echt? Noch so viele? Noch ganze drei? Hm. Okay. Da, schau mal. So, fertig. Ach, hab ich mich wohl verguckt. Ach, du hast doch schon wieder irgendwas hier doch umgestillt, oder nicht? Ach, das kann doch nie nochmal sein. Ich hab da nur noch einen fliegenden Dino gesehen. Hättest du mich auf dem Arm nehmen. Nein, nur um so ein bisschen vielleicht. Aber ich würde dich doch niemals auf den Arm nehmen wollen. Oh, das sieht aber nicht gut aus für dich. Lasse Art der Mentalfähigkeit erreich. Ach, wie schön. So, öffnen. Ein Stück nehmen. Ach so, jetzt kommt er auch einfach. Äh, ne, eigentlich könntest du... Ähm, tippen üben. Ach so, jetzt muss sie auch noch gleich. Ich hoffe, dass das Spiel auch gleich mal vorbei ist. Dieses Mal gebliegt, da gibt es keine Zweifel. Ha, das war ein guter Zug. Ach, verdammt, äh, ich geh da hin. Tja, und jetzt? Ah, verdammt. War vielleicht doch nicht so ein Schauer. Jetzt hab ich deine Figur. Auch wenn sie irgendwie die nicht weggenommen worden ist, aber okay. So. Er kommt ja auch schon gleich rein. Er übt noch ein bisschen tippen. Ich dachte, der Rechner wäre schon wieder kaputt gegangen. Dann ist er gut. So, und wie es beim nächsten Mal weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es heißt, let's play die Sims 4. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr schaltet auch hoffentlich wieder beim nächsten Mal ein. Und über Kommentarbewertungen, Abos würde ich mich natürlich voll freuen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, uh-huh.